Hallo und herzlich willkommen zur 164. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel. In dieser Folge haben wir wirklich hohen Besuch. Wir sprechen mit Jerka, dem Präsidenten des Vereins 21, den viele von euch vermutlich vom gleichnamigen Podcast kennen. Außerdem ist Jerka noch Co-Host des Podcasts Plebs Taverne. Wer Jerka kennt, weiß, dass es in dieser Folge etwas technischer wird. Wir widmen uns dem Thema Mempool. Gemeinsam schauen wir uns an, ob es den einen Mempool oder ob es mehrere Mempools gibt und welche Funktionen diese im Bitcoin-Netzwerk übernehmen. Da besprechen wir natürlich auch über Bitcoin-Transaktionen im Allgemeinen, sowie über die Möglichkeit von Replaced-by-Fee und Child-Pays-for-Parent-Transaktionen. Wer die beiden letztgenannten Begriffe zum ersten Mal hört, klare Hörempfehlung meinerseits, Jerka erklärt das wirklich sehr anschaulich. Diese Woche geht erneut ein großes Dankeschön an Julian BE03, unseren dieswöchigen Top-Booster. Wir freuen uns wirklich, dass dir unser neues Logo genauso gut gefällt wie uns. Wer noch nicht weiß, was es mit dem Top-Booster der Woche auf sich hat, sollte sich unbedingt Folge 148 nochmal anhören. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Ja, da kommt nämlich unser zweiter Unterstützung ins Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit deren Hardware Wallet Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreien Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code btcverstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt. Werbung Ende Hallo Jerka, herzlich willkommen zum Podcast. Es freut uns wirklich, dass du die Zeit nimmst. Hallo zusammen. Immer gerne. Hallo, servus. Ja, wir haben heute ein richtig spannendes Thema. Jetzt wird man heute wieder technisch, weil wir, Manuel und ich, sind nicht so die Technik-Freaks, würde ich mal sagen. Und da brauchen wir immer Hilfe dabei. Wir haben heute nämlich ein spannendes Thema, Mempool. Hört man bei Bitcoin häufiger, man hört irgendwas mit Transaktionen, dass da irgendwas passiert, dass Transaktionen irgendwie auch einen Mempool verstopfen können, dass irgendwas alles teurer wird. Und genau darüber möchten wir heute mit dir ein bisschen besprechen. Aber bevor wir loslegen, sagen wir immer noch ganz kurz die Frage vorher, für alle, die dich noch nicht kennen sollten, wer bist du? Was machst du im Bitcoin-Bereich? Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mempool, ein sehr spannendes Thema. Es ist nicht der Mempool, sondern Mempool. Und vielleicht zu meiner Person, für die, die mich jetzt noch nicht kennen. Ich habe angefangen mit Bitcoin, zuerst mit Scam des Scammers. Ich weiß nicht, die einen oder anderen kennen diese Aktion noch, wo ich die Scammers ausgenommen habe. Daraus ist dann irgendwie Podcast Peps Tavern entstanden, wo wir auch so technische Themen, wie wir heute zum Beispiel besprechen, auseinander nehmen und das anschauen. Dann bin ich zu einem 20 Podcast gekommen, habe da diverse Folgen mitgemacht und nun der Präsident vom Verein. Und worüber kennt mich sonst noch? Vielleicht von der Proxmox-Anleitungen von Raspberry Blitz, also die Virtualisierungen von den Nodes und Bitcoin Rally, die auch jetzt dann demnächst wieder startet oder wenn die Folge dann veröffentlicht, ist sogar dann schon im Gange ist, da wo die Lightning-Hupe getätigt werden kann. Und genau, das ist so, plus minus, worüber man mich kennt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit genommen hast oder dir die Zeit aktuell nimmst, weil wie Jonas gesagt hat, wir haben jetzt nicht den Schwerpunkt auf den technischen Themen, aber es ist natürlich trotzdem hochinteressant. Ja, Mempool, nicht Mempool. Wie würdest du es erklären? Oder vielleicht vorne rausgeschickt, nach unserer Auffassung, was vielleicht sind, erst noch mal kurz zum Reisen, wie funktionieren denn eigentlich Transaktionen, weil die sind ja nicht ganz unwesentlich. Das ist definitiv so. Also wir machen mal ein Beispiel. Wenn es um technische Themen geht, gerade im Podcast ist es extrem wichtig, mit Beispielen zu arbeiten, mit Analogien, damit die Leute das sich vorstellen können, weil ich habe ja keine Slides oder so, wo man das irgendwie zeigen könnte. Und deshalb gehen wir einfach mal davon aus, dass du manuell mir eine Bitcoin-Transaktion senden willst. Also du willst mir Sets senden. Das bedeutet, du machst auf deiner Seite eine Bitcoin-Transaktion, wo du sogenannte Inputs, besser gesagt UTXOs, also Unspent Transaction Outputs, Coins auf Deutsch gesagt, wie man so sagt, nimmst, die du besitzt und dann in eine Bitcoin-Transaktion packst und sagst, alles klar, derjenige, der mir eine gültige Signatur von der nächsten Adresse, also sprich meine Empfangsadresse, wer das bringen kann, der hat als nächstes diese Bitcoin. Und um einfacher zu bleiben, machen wir einfach mal einen Bitcoin. Einen ganzen Bitcoin besitzt du und willst mir ihn geben und dann hast du vielleicht irgendwie eine Bitbox oder so. Und dann machst du nichts anderes, als von mir eine Empfangsadresse zu bekommen. Ich sende dir die via Telegram zum Beispiel. Du fügst die ein in der Bitbox-App und sagst, alles klar, hier ein Bitcoin geht an diese Adresse. Dann musst du diese Transaktion signieren. Das machst du mit der Bitbox selber, wo dann steht, alles nochmal zur Verifizierung. Wenn du dann das Häkchen da antippst, dann ist sie signiert und dann hast du eine gültig signierte Bitcoin-Transaktion, die aktuell aber noch auf deinem Computer ist. Die ist noch nicht im Bitcoin-Netzwerk, die kennt niemand anderes, ausser du. Aber die ist gültig. Aber niemand anderes weiss es. Und das ist genau das Problem, weil jetzt müssten wir es dazu kriegen, damit alle anderen Teilnehmer des Netzwerkes über diese Transaktion Bescheid wissen. Und nicht nur du. Und ich muss es ja auch wissen, dass ich es gekriegt habe. Und wenn du nur bei dir still im Kämmerlein das signierst mit der Bitbox, dann weiss ich das ja auch nicht. Und da kommen dann eben die Notes und dem Empol ins Spiel. Ja genau, willst du dich einfach direkt anschließend dann? Also jetzt hast du es ja erklärt, Manuel hat die Transaktion signiert bei sich im Keller. Und jetzt wird sie wahrscheinlich ja irgendwie rausgeschickt, irgendwo hin ins Netzwerk. Weil alle anderen müssen es ja erfahren. Vor allem du musst es erfahren und ich muss es ja schlussendlich als Netzwerk-Teilnehmer auch erfahren. Wie geht es da weiter dann? Was ist der nächste Schritt dann und wer erfährt davon als nächstes? Genau, wir haben gewisse Akteure jetzt, die ins Spiel kommen. Zum einen haben wir die Full-Note-Betreiber. Dann haben wir die Miner, was indirekt auch eigentlich ein Full-Note-Betreiber ist. Da komme ich Sender der Transaktion, in diesem Fall ist das Manu. Und dann diverse andere Nodes, die im Netzwerk sind. Und jetzt ist es so, dass Manu als erste Anlaufstelle einen Full-Note braucht. Das kann sein eigener Full-Note sein, wenn er den in der Bitbox-App verbunden hat. Aber es kann auch der von Shift-Crypto zum Beispiel sein oder von Bitbox. Und dieser Note, ich gehe jetzt mal davon... Manu, hast du einen eigenen Note bei dir? Ehrlicherweise habe ich noch immer keinen. Nein. Okay, dann machen wir mal dieses Beispiel, weil die meisten gehe ich mal davon aus, dass sie vielleicht noch keinen eigenen Note haben. Deshalb hören sie ja die Podcast-Folge jetzt. Und dann ist es so, standardmässig, dass die Note von der Bitbox dahinter, also von der Firma Bitbox, die Bitcoin-Full-Note dahinter verbunden ist und diese Transaktion als erstes mitkriegt. Dieser Note prüft die Transaktion und zwar auf Gültigkeit. Also hat Manu wirklich diesen einen Bitcoin, den er da versucht auszugeben? Ist die Signatur gültig? Ist die Struktur gültig und so weiter? Ist die Empfangsadresse oder besser gesagt das Output-Script, ist das gültig? Wenn ja, dann nimmt er diese Transaktion in diesen Mempool auf. Und das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie eine Wartehalle. Da kommt eine neue Transaktion ins Netzwerk, die noch nicht in der Blockchain ist, also noch nicht gemeint oder so. Da einfach mal warten. Wartezimmer warten. Wie beim Zahnarzt. Wenn du erstmal reinkommst, musst du zuerst mal im Wartezimmer warten. Genau so. Wartezimmer ist eigentlich ein Mempool. Und danach muss ja diese Transaktion auch noch weiter verbreitet werden. Und das funktioniert so, dass dieser Note von der Bitbox-Firma ebenfalls andere Notes hat, mit denen er Peer-to-Peer direkt verbunden ist und kommunizieren kann. Und im Durchschnitt ist es so zwischen 10 bis 15. Also dieser Bitbox-Full-Note ist nicht mit allen anderen gleichzeitig verbunden, sondern hat nur 10 bis 15 oder 20. Je nachdem andere Peers, sagt man denen. Also andere Gegenstellen. Und jetzt broadcastet er, also verteilt diese neu gesehene Transaktion an diese verbundenen Peers. Und die Notes, die jetzt ebenfalls diese Transaktion erhalten haben, machen das genau gleiche wie die Bitbox-Note. Sie kontrollieren alles. Nur weil die Bitbox-Full-Note das schon kontrolliert hat, heisst es noch lange nicht, dass es auch richtig ist. Und deshalb, jeder kontrolliert das wieder, ist das gültig, hat manuell wirklich diesen Bitcoin und rebroadcastet dann das wieder an seine Peers. Und somit hast du dann in diesem Mesh-Netzwerk, wo immer durchschnittlich 10 bis 15 andere Knotenpunkte miteinander verbunden sind, dauert es, man hat mal eine Studie gemacht, das war noch spannend, plus minus so um die 3 bis 5 Sekunden, bis das komplette Netzwerk diese Transaktion mitgekriegt hat. Das heisst, es gibt nicht, weil wir da auch häufiger die Frage bekommen haben, es gibt nicht den einen Mempool. Also der ist verteilt, jeder Note hat einen und dann stellt sich ja die Frage, welchen Mempool sieht man denn dann, wenn ich jetzt bei verschiedenen Blockchain-Explorer-Seiten mir so einen Mempool anzeigen lasse. Welcher ist es dann? Das ist eine ganz gute Frage und ein ganz guter Punkt. Es gibt nicht einen Mempool. Ich glaube, die häufigste Verwirrung, was bei den Leuten so herumschwirrt, weil jeder eigene Fullnode hat sein eigenes Wartezimmer, kann man so sagen. Und das ist auch unterschiedlich untereinander, weil es gewisse Transaktionen gibt, die der eine Note schon gesehen hat, der andere aber noch nicht, weil es noch nicht durchs Netzwerk kam und so weiter. Und jeder kann auch bei sich selber, also wenn ich einen Fullnode betreibe, kann ich selber einstellen, wie gross der ist. Und da kann man in den Config-Dateien zum Beispiel angeben, meiner ist ein Gigabyte gross und hat Platz für Transaktionen bis zu einem Gigabyte. Und standardmässig, also per Default, ist bei allen Mempools 300 Megabyte eingestellt. Also wenn man nichts tut, einfach einen Fullnode aufsetzt, dann ist der 300 Megabyte gross. Das ist nicht riesig. Es gibt dann eine grössere Explorer zum Beispiel, wenn man auf die Webseite, die bekannteste geht, mempool.space. Der ist, glaube ich, um die 1 Gigabyte gross und hat somit auch mehr oder beinhaltet mehr Transaktionen. Jetzt ist die Frage, wenn der andere Mempool grösser ist als meiner, was passiert dann mit den Transaktionen, die beim anderen vielleicht noch drin sind, weil die ja grösser Mempool hat als meiner, wo sind dann die Transaktionen bei mir? Und nach welchen Kriterien wird der ausgefiltert? Das heißt also, so ein Mempool klingt für mich jetzt so, als wenn der auch überlaufen könnte dann und irgendwelche bleiben ja übrig. Und dann ist ja wirklich, stellt mich jetzt gerade auch die Frage, wo sind dann die anderen? Schweben die irgendwie im Raum rum oder was passiert mit dem Ganzen dann? Das ist genau das Problem, weil, oder besser gesagt, in der letzten Zeit, als Mempool wirklich dann auch voll wurde, um Transaktionen dann rauskicken zu müssen. Ich habe ja vorher gesagt, Miner sind ebenfalls auch Fullnode-Betreiber, weil so kriegen sie die neuen Transaktionen überhaupt mit, die sie dann meinen oder versuchen, in den Block zu packen. Also auch die Miner haben einen Mempool. Auch der kann dann unterschiedlich gross sein. Und wie alles bei Bitcoin, Bitcoin ist ein freier Markt, ist auch der Mempool ein freier Markt. Das bedeutet, jeder kann eigentlich selber entscheiden, nach welchen Kriterien die Transaktionen aus dem Mempool rausfliegen sollten, wenn der plötzlich überläuft. Wenn du selber ein, zum Beispiel eine Wallet hast oder irgendwie ein Dienstleister bist, wo du Kunden zum Beispiel hast, die Transaktionen veröffentlichen, könnte es durchaus sinnvoll sein, dass du diese Transaktionen bevorzugst, dass du sagst, alle anderen Transaktionen sind es weniger wichtig, aber die von meinen Kunden, die sollen nicht rausfliegen. Wenn du nichts einstellst, standardmässig per Default, ist es immer nach den Fees. Wenn du eine geringe Fee hast, dann fliegt die Transaktion relativ schnell raus, wenn der Mempool sich überfüllt. Genauso funktioniert es ja eigentlich auch mit den Blöcken, weil die Miner selber, die wollen ja möglichst viel verdienen und nehmen möglichst die Transaktionen in den Block hinein, die am meisten Gebühren geben. Und deshalb droppen sie diese Transaktionen, die nicht so viel Gebühren geben. Und jetzt ist es so, weil das ist ganz spannend, die Transaktionen werden nicht rebroadcastet. Also nehmen wir an, der Jonas hat zum Beispiel ein Gigabyte Mempool, ich habe ein 300 Megabyte Mempool, ich broadcaste eine Transaktion und die fliegt bei mir raus, weil zu klein. Jetzt hat aber Jonas in seinem Mempool die Transaktion noch. Ich bei mir sehe die nicht mehr. Was mache ich als User? Ich denke, oh, da ist vielleicht etwas schief gegangen. Ich mache es einfach nochmal. Ich broadcaste sie noch einmal. Jetzt bekommt Jonas das Note eine Transaktion, die er bereits schon hat. Und das wäre dann de facto ein Double Spend. Also rechecktet er eigentlich die Transaktion. Und deshalb, da ist es ein bisschen das Problem, weil die die Leute denken, das habe ich vorher eigentlich auch immer gedacht, dass diese Transaktionen periodisch immer dann wieder rebroadcastet werden. Weil wenn dann zum Beispiel Jonas, der den Big Mempool hat und ich einen kleineren hat und der Mempool sich ein bisschen leert, könnte es durchaus sinnvoll sein, dass diese Transaktionen, die eine geringere Gebühr haben, die bei mir rausgeflogen sind, durch den großen Mempool von Jonas wieder ins Netzwerk gelangen. Dem ist aber eben nicht so. Wenn ich in der Situation bin, was mache ich dann am besten? Einfach abwarten? Also wenn ich diesen Fehler bekomme, wenn die Transaktion abgelehnt wird, drehe ich dann Däumchen und versuche mich erstmal zu beruhigen? Oder was mache ich dann? Das ist eine ganz gute Frage, weil ich hatte wirklich schon solche Fälle, wo ich die Transaktion bei mir nicht mehr gefunden habe und dann auf größere Blog Explorer gegangen bin und auf einen plötzlich diese Transaktion doch noch gefunden habe und auf anderen dann nicht mehr und so weiter. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich habe es dann einfach wirklich so gemacht, dass ich gewartet habe, weil da ich ja gesehen habe, dass ein Explorer meine Transaktion noch hatte, musste ich dann wirklich einfach nur warten, bis der Mempool sich so geklärt hat, dass dann, zum Glück war auch noch bei meiner Mempool die Transaktion dann drin, konnte ich dann und somit wurde die Transaktion trotzdem gemeint. Was du aber auch machen kannst, und da kommen wir vielleicht schon zu Replace by Fee oder Child Pays for Parent, weil wenn du dann wirklich so eine Transaktion im Mempool hast, die feststeckt, ist das extrem mühsam, weil ein Double Spend kannst du ja nicht machen. Das einzige, was du machen kannst, ist, du kannst sie austauschen. Und das Austauschen der Transaktion heisst Replace by Fee oder kurz RPF. Und die meisten Wallets haben das aktiv eigentlich, weil du musst das zuerst signalisieren. Bei der allerersten Transaktion, die du sendest, musst du schon vorsignalisieren, hey, das ist eine Bitcoin-Transaktion, die ich im Fall in der Zukunft auch austauschen könnte. Und das Austauschen geht dann nur gegen eine Transaktion, die eine höhere Gebühr hat als die erste. Aber das ist ganz wichtig, nur die höhere Gebühr. Alles andere ist Wurst. Du kannst alles ändern. Also das bedeutet, du kannst auch deinen Empfänger ändern. Und jetzt kommen wir zu den Zero-Confirmation-Transaktionen, weil das ist ganz wichtig. Jemand, wer einen Webshop oder so betreibt, der irgendwie auch digitale Produkte verkauft gegen Bitcoin, akzeptiert nie On-Chain-Transaktionen mit null Bestätigungen. Weil nur weil eine Transaktion im Mempool ist, heisst das noch lange nicht, dass sie final ist. Ich könnte zum Beispiel Manu einen Bitcoin senden, der gelangt in Mempool und der sagt, ah cool, ich habe einen Bitcoin gekriegt. Eine Sekunde später broadcaste ich eine zweite Transaktion, wo dann als Empfangsadresse nicht mehr die Adresse von Manu drin steht, sondern die von mir. Und erhöhe einfach die Gebühr. Das bedeutet, ich bezahle dann vielleicht irgendwie 2000 Satoshis an Gebühren, was vielleicht irgendwie 10 Cent oder so sind, praktisch nichts, und bekomme den Bitcoin wieder zurück. Und wenn du einen Webshop hast, der automatisch dann Transaktionen oder Zahlungen oder Produkte schon freigibt, Downloads und so weiter, dann kann ich das wunderbar downloaden und muss dir nichts dafür bezahlen. Das heisst also, weil du gerade angesprochen hast mit dem Thema Bestätigung, man wartet ja meistens immer eine gewisse Anzahl, das kann ja jeder selber entscheiden. Wenn ich aber also so eine Transaktion jetzt, wenn ich bei dir was kaufe, die Transaktion abgeschickt habe mit dem einen Bitcoin, und ich dir zahlen wollte, und der landet dann, wie du gemeint hattest, ja relativ schnell in diesen Mempools aller Full Notes dann. Das ist noch keine Bestätigung. Die Bestätigung kommt erst dann, wenn das Ganze auch in den Blog übernommen worden ist, wenn ich es richtig verstanden habe jetzt. Das ist korrekt, ja. Erst wenn deine Transaktion wirklich in die Blockchain aufgenommen wurde, wenn Proof of Work da geleistet wurde und ein Miner deine Transaktion in den Blog reingepackt hat, dann hat sie eine Bestätigung. Und das kannst du für, wenn du zum Beispiel, wenn du mir persönlich irgendwie, weiss auch nicht, ein paar Kopfhörer oder so verkaufen würdest, dann würde ich eine Bestätigung schon mal als okay anschauen. Wenn du mir ein Haus verkaufen würdest, dann würde ich eine Bestätigung sicherlich als zu wenig ansehen. Weil dann würde ich, also je mehr, desto besser logischerweise, aber da sage ich es mal, ab 6 bis 10 für ein Haus ist sicherlich sehr gut. Wir kamen ja auf die Problematik jetzt gerade unter anderem, weil wir uns die Frage gestellt haben, was mache ich, wenn meine Transaktion aus meinem kleineren, aus meinem 300 Megabyte großen Mempool rausfällt? Ich verstehe natürlich, dass höhere Transaktionsgebühren bei meiner dazu führen, dass ich diese Transaktion bevorzugen werde. Wenn ich ein Miner bin und eine Note betreibe oder wenn ich ein Miner bin, dann nehme ich eben diese Transaktion primär auf. Das heißt, auch in meinem Mempool werde ich eher Transaktionen haben mit einer größeren Gebühr dran. Aber was ist jetzt die Motivation für die Nodes, also für diejenigen, die lediglich eine Note betreiben, keine Miner sind, nur die Transaktionen zu nehmen, die eine höhere Gebühr haben? Also wie, woher kommt es, dass auch da die Transaktionen mit einer höheren Gebühr tendenziell länger drin sind, als die mit einer kleineren Gebühr? Die Frage ist halt einfach, irgendwie musst du ja entscheiden. Also du hast ja einen begrenzten Platz und irgendwie musst du entscheiden. Es gibt halt viele Kriterien, was man hätte nehmen können. Und bei Bitcoin hat man sich halt für den Markt des Gebühren entschieden. Aber du kannst natürlich das auch enden. Schlussendlich ist es eigentlich nur wichtig, was dann auch schlussendlich in den Block hineinkommt. Und es ist auch so, dass das Rebroadcast, was ich vorher gesagt habe, das nicht gemacht wird. Das ist korrekt, das wird nicht gemacht, aber das wird von den Wallets gemacht. Und die Wallets übernehmen eigentlich diese Aufgabe des Rebroadcasten. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel die Bitbox benutzt und irgendwie nach einer Woche diese wieder eröffnet, also öffnest die Software, dann geht die schauen, hey, ich habe ja hier mal eine Transaktion, die habe ich ja immer noch. Finde ich die irgendwo bereits in der Blockchain? Wenn nicht, dann veröffentliche ich die einfach noch einmal. Aber das passiert dann, wenn du auch wirklich aktiv die Wallet irgendwie betätigst oder laufen lässt. Und die Bitcoin-Full-Notes, die laufen ja 24-7, die meisten, und die machen das leider nicht. Und das ist auch so mein, also nicht Kritikpunkt, aber vielleicht wäre es nicht mal so schlecht, dieses Thema vielleicht ein bisschen aufzuarbeiten und Diskussionen auch anzuregen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Ein Rebroadcasting der Transaktionen von den Full-Notes selber auszumachen. Weil gerade, also wir sprechen hier jetzt von Bitcoin-Transaktionen, gut und recht, aber ich glaube, die meisten Leute im Bitcoin-Bereich benutzen On-Chain-Transaktionen auch, um Lightning-Kanäle zu eröffnen. Und da hast du das genau gleiche Problem. Das heißt aber, weil du gerade gemeint hast, die Bitbox öffne ich und die Bitbox merkt, okay, die Transaktion, die ich von der Woche veröffentlicht habe, ist noch nicht da oder nicht eingenommen im Blog. Wenn ich es aber wieder veröffentliche, ohne eine Erhöhung der Gebühr, dann habe ich doch ein Double-Spend-Problem wieder oder habe ich da jetzt gerade was falsch verstanden? Ich merke gerade, dass das vorher kein Double-Spend war. Es ist ja die gleiche Transaktion. Es ist kein Double-Spend im Sinne von, dass du den gleichen Output ausgeben willst. Es ist die gleiche Transaktion. Es ist mehr so, dass er die Transaktion schon hat, sage ich es mal so. Deshalb funktioniert das. Also das vorher, das stimmt, es war kein Double-Spend. Ein Double-Spend wäre es erst dann, wenn du den UTXO nimmst und dann wirklich eine zweite Transaktion machst. Also irgendwie an eine andere Adresse oder irgendwie nochmal an dieselbe Adresse nochmal signierst mit irgendeinem anderen Unterschied und so weiter. Dann wäre es wirklich ein Double-Spend, wenn den UTXO zweimal ausgegeben wird. Genau, aber das stimmt, da hast du recht. Das Rebroadcasting, das funktioniert natürlich ohne Double-Spend. Wir hatten es ja von den unterschiedlichen Gebühren, die als Konsequenz haben können, dass meine Transaktion eben rausfällt. Was kann ich denn machen, um Gebühren zu sparen, jetzt als User? Das ist ja auch eine ganz gute Frage. Sparen ist immer sehr gut. Ich bin immer sehr knauserig, wenn es um Bitcoin-On-Chain-Transaktionsgebühren geht. Also ein Set per V-Byte. Also ich bin ein Set per V-Byte, sag ich mal so. Außer es geht nicht mehr. Und das, am besten gehst du auf Seiten wie zum Beispiel whatafee.io, können wir vielleicht auch verlinken. Die ist sehr gut, da hast du so eine Matrix, wo du siehst, okay, was für einen Zeithorizont hast du, wie viel wirst du oder wie viel solltest du bezahlen, wenn du irgendwie eine Bestätigung innerhalb von 24 Stunden zu 50% sicher haben willst. Irgendwie so. Und dann kannst du es anhand dessen auswählen. Und sonst sage ich meistens immer, warum so schnell? Wenn es schnell gehen muss, dann benutzt Lightning, dann kannst du innerhalb von einer Sekunde bezahlen. On-Chain ist mehr halt so Low-Time-Preference. Und wichtig ist halt einfach, wenn du wirklich eine Bitcoin-Transaktion machst, dass du entweder die noch hast, die signierte Transaktion, oder weisst zumindest, wenn sie noch nicht bestätigt ist, ja, ich sollte mal vielleicht mal die Wallet wieder öffnen. Vielleicht braucht es eben so ein Rebroadcasting, damit sie nicht komplett untergeht. Weil wenn wirklich alle Transaktionen oder alle Mempools deine Transaktionen rausfliegen lassen, dann ist es wirklich so, dass die einfach nie in den Block kommt. Und dann wartest du, wartest du, wartest du und passiert einfach nichts. Dann würde ich gleich noch zwei Fragen anschließen. Du hattest jetzt Sets, wie weit genannt, für die alle, die das nie, keine Ahnung haben, was das ist. Erstens kannst du das mal ganz kurz erklären. Und zweitens, glaube ich, für viele, oder ich habe es in den Medien häufiger gelesen, diese Transaktionsgebühren werden ja nicht von den Minern festgelegt, sondern das ist ja eine Art Schätzung. Also wie wird das Ganze geschätzt, was das angezeigt wird? Weil, wie du sagst, alle Wallets, die man so öffnet, steht ja immer dran, ich kann auswählen zwischen schnell, sehr schnell, normal, langsam, niedrig und dahinter steht irgendwie die Gebühr, die berechnet wird. Wie setzt sich sowas zusammen dann? Erste Frage, wie weit, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Bei einer Bitcoin-Onchain-Transaktion bezahlst du nicht nach Höhe der Satoshis, die du verschicken willst, sondern nach Höhe der effektiven Speichergrösse. Bitcoin ist ein begrenzter Speicherplatz und der ist sehr teuer. Und wenn du da hineingelangen willst mit deiner Transaktion, sprich aufgenommen in die Blockchain, dann musst du dafür bezahlen. Und das kannst du dir so vorstellen wie ein Bus. Wenn du in einen Bus hineingehst und da vielleicht kommt jemand, der ein bisschen mehr Platz einnimmt, müsste der auch im Busbeispiel mehr bezahlen. Ist es nicht fair im Busbeispiel, aber bei Bitcoin funktioniert das wirklich so? Je mehr Platz du einnimmst in diesem begrenzten Raum, was der Block ist, desto mehr musst du bezahlen. Und das kann man sehr gut auch sehen, zum Beispiel, wenn du sehr viele kleine Inputs, also sehr viele kleine Coins nimmst, dann ist zwar betragsmässig es vielleicht gleich wie ein großer Coin, aber wenn du die Gebührstruktur anschaust, musst du plötzlich mehr bezahlen. Und du denkst so, what the fuck? Warum? Und das ist genau das, wenn du ein Portemonnaie hast mit sehr vielen Münzen drin, ist das halt sehr viel schwerer, als wenn du einen großen Schein zum Beispiel drin hast. Und bei Bitcoin bezahlst du eben nach Schwere, sage ich das mal, oder nach Speicherplatz. Dann, zweite Frage, muss du mir nochmal sagen. Genau, es geht ja darum, Thema Wallets zeigen dir häufiger die Geschwindigkeit, die an, wie lange ich warten muss und welche Gebühren zahlen muss. Genau, woher kommt das? Eigentlich kannst du die Bitcoin-Fee-Struktur wie so eine Auktion dir vorstellen. Es gibt niemanden, der irgendwie einen Preis festlegt. Du weißt halt einfach, das Marktbild kennst du, oder bist gesagt, die Marktbilder. Es gibt ja nicht ein Marktbild, wie wir vorher gelernt haben. Es gibt ja sehr viele Mempools und da wird nichts anderes als einfach den Mempool angeschaut, also alle die wartenden Transaktionen und geschaut, wie viel bezahlen die. Und weil du ja weisst, wie gross ein Bitcoin-Block ist, der ist begrenzt am Platz, kannst du jetzt einfach diese Leute wie aneinander reihen und sagen, alles klar, ganz rechts hier bist du der, der am meisten bezahlt und ganz links am Ende, da ist der, der am wenigsten bezahlt. Und dann packst du die Leute wie in virtuelle Blogs, als würden sie demnächst gleich gemeint werden. Das wird wunderbar visuell dargestellt auf der Seite mempool.space. Da hast du so violette Blöcke, das sind die bereits gemeinten Blöcke, die wirklich gemeint wurden. Und die gelben Blöcke, das sind die, die so in etwa gemeint werden können. Und anhand von dem kannst du dann die Prognosen erstellen. Aber das sind halt nur Prognosen und man weiß nie genau, wie es dann wirklich ausschaut. Jetzt haben wir eine knappe halbe Stunde über Transaktionen und den Mempool geredet und vielleicht raucht dem einen oder anderen jetzt der Kopf. Gibt es was, was ich als, also wenn ich einfach nur eine Transaktion ausführen möchte, was ich auf keinen Fall falsch machen darf, außer natürlich die falsche Empfangsadresse einzugeben? Gibt es da was, wo du sagst, hier bitte auf jeden Fall aufpassen? Also bezüglich Gebühren, nein, da kann man sicherlich nichts falsch machen. Also falsch in Anführungsschlusszeichen. Also nicht wirklich falsch, falsch. Du kannst dich ein bisschen dumm anstellen und halt mehr bezahlen. Der Meiner sagt danke, aber das ist ja nicht falsch, wenn du die Kohle hast. Bitteschön. Es gibt Leute, die haben irgendwie x Bitcoin an Transaktionsgebühren bezahlt, obwohl sie nur wenige Sets verschoben haben. Das wäre dann auch nicht falsch, ist einfach extrem dumm. Und darauf kann man sich ein bisschen achten, aber die meisten Wallets wie zum Beispiel Blue Wallet, Onchain-mäßig, Bitbox und so weiter, Relay, die haben alle so ein, entweder so ein Schieberegler drin, wo dann steht, wie schnell willst du die Transaktion haben? Schnell, langsam, that's it. Du musst dich nicht mal mit irgendwie Beides auseinandersetzen, sondern einfach schnell, langsam, that's it. Und ansonsten, wenn du die Transaktion nicht wirklich händisch mit der Command-Line irgendwie selber zusammenbaust, kann man nicht viel falsch machen. Die meisten Wallets haben es wirklich sehr simpel gemacht, dass du eine Empfangsadresse brauchst. Und da hast du vorher schon gesagt, die musst du zu 100% überprüfen, stimmt die? Weil wenn die falsch ist, dann kannst du den Coins nur noch winken und weg sind sie. Und wenn das alles richtig gemacht wurde, passt das. Und das jetzt vielleicht, es könnte sein, wenn es wirklich eine Zeit ist, was wir aktuell haben, wo der Mempool sehr voll ist, kann es sein, wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt hier meiner Grossmutter etwas überweisen und das hat jetzt keine Eile, also möchte ich sehr geringe Gebühr angeben und dann motzt die App und sagt, hey, geht nicht, zu gering. Das könnte passieren. Weil wenn du eine zu geringe Gebühr angegeben hast, ist es genauso, dass der Mempool, wohin du eigentlich die Transaktion sendest, bereits schon voll ist und solche Transaktionen, die du gerade broadcasten würdest, gar nicht erst aufnimmt und sagt, nee, nee, wenn du überhaupt bei mir in Mempool kommen willst, dann musst du mindestens so viel bezahlen. Und dann würde ich eine Frage noch anschließen, die wir, glaube ich, gefühlt in den letzten Wochen mehrmals bekommen haben, war nämlich die Frage, viele kaufen dir über einen Sparplan Bitcoin. Und dann hast du ja genau diesen Punkt, ich kaufe monatlich oder wochentlich einen relativ kleinen Betrag. Und du hast ja gerade den Geldbeutel angesprochen, wo dann viele kleine Münzen zusammenkommen. Es wird immer schwerer und schwerer und schwerer. Und wenn ich dann zum Beispiel von diesem Wallet mal wegschicken möchte, also viele, keine Ahnung, sparen zum Beispiel Relay auf die integrierte App-Wallet und schicken das irgendwann auf die Bitbox zum Beispiel, kann es natürlich sein, dass diese Transaktion sehr teuer wird, weil, also an sich schon sehr, nicht teuer, sondern sehr groß wird, dadurch, weil da viele kleine Münzen dabei sind. Und dann kommt natürlich die Frage, was kann ich da machen? Wo muss ich darauf achten? Gibt es da einen guten Zeitpunkt, weil ich sowas machen kann? Oder was, hast du da einen Tipp, wo man am besten auch da Gebühren sparen kann? Gibt ein Wort sogar dafür, heißt UTXO-Management. Und, oder Konsolidierung. Und ich sage es immer so, aktuell ist ein schlechter Zeitpunkt für Konsolidierung. Der perfekte Zeitpunkt ist, wenn der Mempool leer ist. Das ist genau gleich wie, wann fährst du Zug? Logischerweise am besten dann, wenn die anderen nicht fahren wollen, weil dann hast du Platz. Und genau so funktioniert das auch bei Bitcoin. Wenn der Mempool leer ist, wenn niemand Transaktionen in die Blockchain packen wird, dann solltest du eigentlich hingehen und solche Konsolidierungen machen. Und das machst du eigentlich sehr einfach, weil du hast ja einen Sparplan eingerichtet. Ich mache mal ein Beispiel. Wöchentlich irgendwie 100 Euro. Und dann hast du diesen 100 Euro Coin, sage ich jetzt mal, oder UTXO, hast du. Und der wird ja immer wie mehr, weil alle Woche kommt ein neuer dazu. Und nach irgendwie, weiss ich auch nicht, gewisse Zeit lang hast du vielleicht dann 50 davon, weil du fast ein Jahr lang gespart hast. Und jetzt hast du 50 von diesen Coins. Und was machst du am besten? Am besten wäre es, wenn du einen grossen hättest. Und zwar nur einer, weil ich habe vorhin gesagt, je mehr Coins, desto teurer ist dann die Transaktionsgebühr. Und wenn du nur einen Coin hast, ein grosser, ist es einfach viel billiger. Und deshalb musst du diese ganzen Coins zusammenfassen oder schmelzen in einen. Und das machst du, indem du einfach alles sendest an dich selber. Klingt in erster Linie ein bisschen blöd, aber es ist genau so. Du gehst eigentlich in deine eigene Wallet hinein, klickst auf Empfangen, kopierst die Adresse da, gehst in der gleichen Wallet wieder hinein und sagst senden und sendest es dir an deine eigene Adresse. Betragsmässig ändert sich natürlich nicht wirklich viel. Also du siehst nicht wirklich, vielleicht ein ganz weniger wird es weniger, weil die Gebühren da noch wegfallen. Aber vom Betrag her besitzt du immer noch gleich viel. Aber im Untergrund, auf der Blockchain-Ebene, hast du dann wie ein bisschen aufgeräumt. Kann man eins zu eins so erklären, auch mit dem Portman-Beispiel. Wenn du sehr viele Münzen hast, gehst du zur Bank und sagst, alles klar, hier gib mir einen grossen Schein dafür und gibst die Münzen ab und kriegst dann den grossen Schein wieder zurück. Und wenn dann die Zeit dann wieder gekommen ist, wo der Mempool wieder voll ist, wie aktuell jetzt gerade, dann bist du eben vorbereitet und kannst dann Gebühren sparen somit. Du hast vorhin zwei Methoden angesprochen, um die Transaktionsgeschwindigkeit nochmal zu verändern. Einmal Replace by Fee. Da kann man im Endeffekt sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, ich mache einfach die gleiche Transaktion nochmal mit einer höheren Gebühr und dann wird die eben schneller bearbeitet. Du hast noch Child Pays for Parents angesprochen. Kannst du da noch ein bisschen was zu ausführen? Was ist da der Unterschied? Ich versuche das auch mal mit einem Beispiel zu machen mit diesem Wartezimmer. Gehen wir mal vom Zahnarzt aus. Gehen wir zum Zahnarzt und da hast du ein Wartezimmer und da hast du dann eine Transaktion drin, wie zum Beispiel diese vorherige Transaktion, wo du mal nur mir einen Bitcoin gesendet hast. Du warst aber knausrig bei den Transaktionsgebühren, hast die sehr tief gesetzt. Und ich bin jetzt am Warten und sage, ich brauche jetzt die Kohle, also irgendwie müssen wir jetzt etwas tun, dass diese Transaktion bestätigt wird. Was wir machen können, ist Replace by Fee, haben wir vorher gerade gesagt. Aber du bist immer noch knausrig und sagst, nö, ich mache keine zweite Transaktion. Also habe ich aber auch die Möglichkeit, diese Transaktion ein bisschen zu forcieren, dass die gemeint wird. Und das mache ich, indem ich den Bitcoin, den du mir geben würdest, im gleichen Atemzug wieder ausgebe an entweder mich selber oder an Jonas zum Beispiel und bei dieser Transaktion einfach eine höhere Gebühr setze. Und somit sind dann zwei Transaktionen im Mempool am Warten, eine mit einer sehr hohen Gebühr, weil die kommt von mir, und eine mit einer sehr niedrigen Gebühr, die von dir. Jetzt, wenn der Meiner aber meine Transaktion meinen will, die eine hohe Gebühr hat, muss er zwingend ja deine auch mit inkludieren, die eine geringe Gebühr hat, weil sonst die Transaktion von mir ja etwas ausgeben würde, was gar noch nicht stattgefunden hat. Und somit forcierst du den Meiner mit einer zweiten Transaktion. Und das ist genau diese Child-Transaktion, also Child pays for Parent. Parent wäre in diesem Fall die Transaktion von Manu zu mir und die Child-Transaktion wäre dann von mir zu Jonas zum Beispiel. Und so kannst du eigentlich auch sehr clever das ein bisschen steuern, wenn du Relay zum Beispiel bist oder Pocket, die solche globale Auszahlungen machen. Weil die badgen die Transaktionen, die machen eine Transaktion und packen alles rein. Also können sie eigentlich eine sehr geringe Transaktionsgebühr machen, weil irgendjemand von den Empfängern wird die Transaktion ja auch benötigen vielleicht. Und irgendjemand braucht die auch schnell und macht genau so eine ähm, eine Parent, äh, eine Child-Transaktion und gibt den, ähm, den, den Input aus. Und das hat dann zur Folge, dass die Transaktion bestätigt wird, was allen anderen zugute kommt. Mhm. Den Satz muss ich mir später noch mal vergeben. Aber es gibt für mich schon Sinn, weil, ähm, ich glaube, viele haben, glaube ich, diesen Gedanken im Kopf, wenn ich eine Transaktion weggeschickt habe, dann ist es vorbei. Aber solange die ja nicht in diesem Block aufgenommen haben, äh, genommen wurde, kann man da ja noch einiges dran machen, weil sie ist ja eigentlich nur, sie schwebt so ein bisschen im freien Raum. Und entweder kann ich dann, wie du gesagt hast, entweder mal dieses Replace by Fee, das heißt, ich werde noch ein bisschen mehr Gebühren draufpacken. Oder was du jetzt gerade gesagt hast, dass man so ein bisschen das ablenkt. Also, du lenkst dann die Transaktion von dir an mich weiter, äh, direkt an dich weiter, an mich weiter, besser gesagt. Das heißt also, man muss sich vielleicht ein bisschen von diesem Gedanken entfernen, wenn ich eine Transaktion rausgeschickt habe, ist erstmal direkt schon Schluss. Das ist noch gar nicht der Fall, weil solange sie nicht im Block aufgenommen ist, kann ich damit immer noch etwas tun. Also zum Beispiel auch zurückrufen, wenn ich weiß, wie es funktioniert. Genau. Da vielleicht noch ein kleiner Punkt. Es muss nicht unbedingt ein Weiterleiten sein. Eine Child-Pace-for-Parent-Transaktion geht auch an mich selber. Also dann würde ich nichts anderes machen, als einfach nur noch ein bisschen obendrauf legen bei meiner für die Gebühr und sagen, hey komm, meinen die mal hier hast du noch mehr Geld. Aber ich bekomme dann die Transaktion. Das ist ungefähr so, wie wenn Manuel schickt ein Paket an dich ab, er zahlt die Paketgebühren und du sagst aber im Hintergrund, ey lieber Paketfahrer, hier hast du noch 10 Euro mehr, fahr mal schneller. So in der Art. Genau. Nach meiner Express-Lieferung raus. Das ist eins zu eins genau so. Okay. Wenn du das weißt, dann kannst du auch ein bisschen mit dem spielen. Weil zum Beispiel, wenn ich einen Kanal im Lightning-Netzwerk öffne, dann nehme ich von meiner Cold Storage, nehme ich Bitcoin und das ist zum Beispiel Bitbox und dann sende ich die an meine Node. Und diese Transaktion, die mache ich immer sehr geringe Gebühr, weil, ja, ist ja egal. Die Hauptsache, die ist die Mempool. Und erst dann das Eröffnen des Lightning-Channels, was dann ja dieser Output ausgibt, was von der Bitbox kommt, da erhöhe ich dann ein bisschen die Gebühr, damit ich den Miner Force sehe, beide Transaktionen auf einmal zu meinen. Es ist natürlich keine Frage, die noch nie einer gestellt hat, aber man könnte jetzt ja sagen, dieses ganze Problem mit den Gebühren lässt sich ja lösen, wenn wir einfach sagen, Leute, wir machen jetzt größere Blöcke. Wir vergrößern die Blöcke um Faktor 3, 4, 10. Alle Probleme werden gelöst, so die eine Argumentationsseite. Aber das wollen wir ja nicht. Warum wollen wir das nicht? Weil du dann nicht nur meine Fullnode hast und die von der Bitbox-Firma und so weiter, sondern vielleicht nur noch meine hast im Netzwerk, weil ich vielleicht der Einzige bin, der dann im Netzwerk überhaupt noch die Möglichkeit hat, das finanziell zu bezahlen, dass ich so viel Speicherplatz aufwende. Ein Fullnode-Betreiber, wohlgemerkt, kriegt nichts an irgendwie Incentive finanzieller Hinsicht. Der macht das rein eigentlich aus zum Teil auch ideologischer Sicht, um einfach den Konsensusregeln selber zu überprüfen, aber verdient nichts daran wie in meiner zum Beispiel. Also warum dann irgendwie, sag ich jetzt mal, Speicherplatz von irgendwie 5 Thera pro Jahr oder so, dir zuzulegen, um die ganze History von Bitcoin zu verifizieren. Das macht dann niemand mehr zu Hause. Was passiert dann? Dann hast du einfach nur noch ganz wenige, die irgendwo in der Cloud zum Beispiel einen grösseren Speicherplatz da sich anmieten und dann auf eine Node haben, wenn überhaupt. Und da hast du dann eine wunderbare Zentralisierung von dem. Und von dem wollen wir ja weg. Wir wollen keine Zentralisierung, wir wollen eine Dezentralisierung. Wir wollen, dass jeder mitmachen kann, egal wo er ist, wer er ist. Du hast gerade einen guten Punkt eingesprochen. Ich erinnere mich auch, war auch eine Nachricht eines Hörers, glaube ich. Die Fullnodes bekommen keine mit, also die machen zwar mit, aber bekommen dadurch jetzt kein Geld in Anführungszeichen. Bei einer Lightning Node wiederum, wenn ich da das weiterleite, erhalte ich ja eine kleine Gebühr. Und ich glaube, seine Frage war damals, wo ist der Unterschied und warum erhält eine Fullnode einfach keine Gebühr? Also könnte man sich sowas einfach auch einbauen, dass ich, wenn ich meine Fullnode betreibe, nicht auch sagen könnte, ich kriege einen ganz kleinen Anteil von den Transaktionen ab. Könntest du machen, dann wärst du bei Proof of Stack. Da hast du plus minus das, das Node betreiben oder wie gesagt, das Hinterlegen von Coins da, dir ein Reward gibt. Die Frage ist immer, wie machst du das? Machst du das an Gebühren? Also sollte eine Transaktion zum Beispiel, die ins Bitcoin-Netzwerk gebrocastet wird, allen Stellen irgendetwas abgeben müssen, damit sie überhaupt ins Bitcoin-Netzwerk gelangt, dann ist die Frage, ja, wo machst du das? Wer hat dann das Sagen darüber? Das ist immer sehr schwierig. Und bei Bitcoin ist halt alles ein freier Markt. Wenn du das machen willst, kannst du das natürlich machen. Und du kannst Bitcoin Core so abändern und sagen, alles klar, alle Transaktionen, die bei mir aufgenommen werden sollen im Mempool, die sollen dir etwas abdrücken. Aber das Problem ist, dann sagt einfach jeder, ich habe hier die Note von Jerka, die ist gratis, benutze ich einfach die, weil du bist ja eh kein Miner. Also von dem her, warum sollte meine Transaktion bei dir im Mempool überhaupt warten? Macht ja keinen Sinn. Und das ist auch ein guter Punkt. Viele Leute fragen mich immer, ja, oder sagen zu mir, ja, ich habe jetzt eine Fullnode aufgesetzt, ich unterstütze jetzt das Netzwerk. Und das ist meiner Meinung nach auch nicht komplett korrekt, weil nur einfach eine Fullnode hinstellen und nichts damit tun, das bringt nichts, das bringt niemandem etwas. Eine Fullnode, inklusive Blockchain und so weiter, bringt nur dann etwas, wenn du die auch benutzt, um deine Transaktionen zu verifizieren. Ansonsten ist es wirklich einfach nur Speicherplatz vergeudet, die irgendwo rumsteht und nicht benutzt wird. Und das macht erst dann Sinn, wenn du eben zum Beispiel die Bitbox-App hast und die auch mit deiner eigenen Note verbindest, damit du eben die Transaktionen, die entweder kommen oder gehen, über diese eigene Note mit den eigenen Konsensusregeln auch gegenverifizieren kannst. Erst dann macht das auch Sinn. Da spreche ich aber nicht vom Lightning-Netzwerk. Lightning-Netzwerk, Note, da ist dann wieder etwas anderes. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, also an dem Mempool, wie du den jetzt dargestellt hast, wie die Transaktionen durchs Netzwerk wandern, wo du sagen würdest, an dieser und jenen Stellschraube würdest du gerne eine Kleinigkeit verändern oder man könnte es noch einen Tick besser machen? Ich glaube, das Rebroadcasting, was ich zu Beginn angesprochen habe, aber das wäre sicherlich eine Diskussion vielleicht wert, sage ich es mal so. Ich persönlich hatte diverse Fälle mal, wo wirklich Transaktionen rausgefallen sind und dann wirklich auch gar nie gemeint wurden, weil sie komplett von allen Mempools oder wie gesagt von den Mempools von den Minern rausgeflogen sind. Und dann denkst du, ja, alles klar, ich habe da eine Bitcoin-Transaktion gemacht, aber dann gehst du irgendwie drei Monate später nochmal schauen und dann hast du die Kohle immer noch. Das war cool, aber das war ja nicht das Ziel. Und das Rebroadcasting, das wäre schon vielleicht nice. Ich muss auch ehrlich zugestehen, ich habe da noch nicht viele Leute auch irgendwie gehört, darüber zu diskutieren, ob da das Sinn macht oder nicht. Also ich kenne auch keine Pro und Kontras aktuell. Ich habe einfach meine eigene Erfahrung und wenn das Rebroadcasting drin wäre, dann hätte es mir sicherlich geholfen ein paar Mal, weil Lightning Channels dann einfach trotzdem geöffnet wurden, ohne dass ich irgendwie aktiv noch etwas machen musste. Und ja, wenn sich da irgendwie jemand auskennt, warum das aktuell nicht so ist, sehr gerne bei mir melden, würde mich auch sehr interessieren. Stell mir die Frage noch, gibt es dieses Thema, also Mempool als Prozess, als Struktur, gibt es irgendwo anders in dem Computerbereich auch noch in so Netzwerkbereichen? Oder ist es bei, weißt du doch was, oder ist es bei Bitcoin das erste Mal, dass man sowas benutzt? Das ist eine gute Frage. Okay. Es kann natürlich schon sein, dass es irgendwo der Fall ist, aber das, was ich weiss, kenne ich so dieses Konzept jetzt nur bei Bitcoin. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Mempool selber, also dieser Speicherplatz, wo irgendwie etwas abgespeichert wird, das gibt es natürlich im Arbeitsspeicher zum Beispiel, ganz normal. Aber in Kombination mit verteilten solchen Speichern und danach dann in Kombination mit Blockchain, das kenne ich jetzt logischerweise nur bei Bitcoin. Vielleicht noch etwas, was passiert mit dem Mempool. Ich habe gesagt, der befindet sich im Arbeitsspeicher, also im RAM vom Bitcoin Vollnode. Was passiert, wenn der heruntergefahren wird? Wird der gelöscht oder nicht? Und die Antwort ist nein. Der wird wie gedammt, also man nimmt dann der aktuelle Stand, was drin ist, und speichert es auf die Festplatte. Und beim nächsten Hochfahren wird dieser Stand dann wieder genommen und geschaut, alles klar, was war in der Zwischenzeit bereits jetzt gemeint in Blöcken, was kann ich da rausputzen? Und der Rest wird dann wieder genommen und in den Mempool gesteckt. Jetzt war ja vor kurzem das Problem, dass der Mempool sehr voll war. Man musste relativ lange warten, bis eine Transaktion durchging, außer man hat eben extrem viel Gebühren gezahlt oder war bereit dazu. Wäre das auch eine Angriffsmöglichkeit auf Bitcoin? Weil relativ schnell hat man dann ja wieder gelesen, Bitcoin ist offensichtlich doch nicht so toll. Er hat doch Probleme, die man angehen muss. Wie würdest du dazu stehen? Also Angriffsvektor so jetzt direkt nicht. Es ist ganz normal, auch die ganzen Ordinals-Transaktionen, die da fast geflutet waren, das ist kein Angriff auf Bitcoin. Das ist eigentlich genauso, wie Bitcoin designt ist und wie Bitcoin funktioniert. Es funktioniert genauso, wie es programmiert ist. Es ist halt einfach für die Anwender ein bisschen umständlicher. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und da kommen wir dann wieder genau in diese Frage, wie skalierst du Bitcoin? Weil genau um das geht es ja eigentlich. Da kommen plötzlich auf einen Schlag sehr viele Leute, die sehr viele Bitcoin-Transaktionen plötzlich auf einmal loswerden wollen und die alle gültig sind, die bezahlen alle Gebühren. Also die sind laut Bitcoin-Konsensusregeln alle okay. Die haben Recht, in die Blockchain mit aufgenommen zu werden. Und das wussten wir seit eh und je, dass das irgendeinmal passieren wird. Und daraus sind ja überhaupt die Diskussionen über Second-Layer-Lösungen überhaupt erst entstanden. Weil wenn man mit Bitcoin die komplette Zahlungen weltweit abdecken will, kann man ausrechnen, das wird nie und nimmer reichen. Und deshalb braucht es eben auch andere Lösungen, um Bitcoin skalieren zu können. Und deshalb sehe ich eigentlich das nicht als Angriff. Und es ist halt mühsam, definitiv. Gerade wenn du selber jetzt irgendetwas machen musst. Aber es funktioniert ja trotzdem noch. Du musst halt einfach mehr bezahlen. Ganz einfach. Ja, wenn wir in die Zukunft schauen, und du hast gerade gesagt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Bitcoin mehr genutzt wird weltweit. Das heißt also auch mehr Transaktionen. Das bedeutet, man muss immer mehr zahlen. Ich sehe das jetzt bildlich vor mir. Dann wird das Wartezimmer an der Bushaltestelle. Und der Bus, wenn ich in diesen Bus rein möchte, wird ja fast so zum Luxus gut. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen dann, dass ich wirklich, wenn ich in diesen Bus rein möchte, muss ich eben dafür zahlen? Definitiv. Es ist genauso. Und ich glaube, dann wird einem auch bewusst, was das eigentlich für einen krassen Rohstoff, einen krassen, knappen Rohstoff ist, dieser Speicherplatz. Und wie günstig wir aktuell Bitcoin hin und her schieben und diesen Speicherplatz füllen. Ich meine, heute ist es überhaupt noch möglich, irgendwie einen Text zum Beispiel reinzuschreiben. Ich würde jetzt mal fast behaupten, dass in 30 Jahren das unmöglich ist, finanziell überhaupt zu machen. Also du kannst es schon machen, wenn du die Kohle hast, aber es ist einfach so finanziell oder wirtschaftlich nicht rentabel, das zu tun. Weil du mit diesem Geld, was du ausgeben musst, um die Transaktion in den Block reinzukriegen, viel besser andere Sachen gemacht hättest. Wenn wir den begrenzten Platz haben und sagen, der soll so bleiben, dass die Dezentralisierung eben weiterhin möglich ist, wäre noch eine andere Möglichkeit zu sagen, okay, wir müssen irgendwie schauen, dass die Transaktionen an sich kleiner werden, also weniger Platz wegnehmen. Jetzt gab es schon Updates, die Einfluss hatten auf die Transaktionsgröße. Wäre das technisch deiner Auffassung nach ohne weiteres möglich, dass man eben ein Update einspielt, das eben eine kleinere Transaktionsgröße zur Folge hätte? Definitiv, ja. Das hat man bei den letzten Soft Forks gesehen. Also Soft Forks bedeutet, dass es immer rückwärtskompatibel ist. Und das Erste, was man gesehen hat, was an den Grössen von Transaktionen zum Beispiel etwas angepasst hat oder verkleinert hat, war SegWit. Da hat man wunderbar gesehen, wo die Transaktionen, oder man hat es bewerbt eigentlich, ja, benutze SegWit und dann wird deine Transaktion billiger. So hat man es immer auf den grossen Börsen und so weiter gesehen. Und das war definitiv so, einfach aus dem Grund, weil die Transaktionen mit SegWit schlanke gemacht werden konnten und weniger Speicherplatz in der Blockchain eingenommen haben und deshalb günstiger waren. Das ist genau das Gleiche auch mit Taproot. Bei Taproot ist es so, dass zuerst die Transaktion hin ein bisschen teurer ist, aber danach, wenn du von einer Taproot-Adresse wegschicken willst, dann ist es dann günstiger. Vielleicht so als kleine Abschlussfrage vielleicht in die Richtung noch. Wenn wir jetzt mal wirklich in die Zukunft schauen, 10, 15, 20, 30 Jahre, glaubst du, dass wir das Konzept Mempool weiter benutzen werden oder könnten wir theoretisch Bitcoin so umbauen, dass wir was völlig anderes nehmen, weil wir plötzlich doch merken, hui, da ist was Besseres da, was irgendwie besser skaliert, was schneller ist, was irgendwie sicher ist, keine Ahnung. Grundsätzlich sage ich immer, sag niemals nie, aber der Mempool selber ist eigentlich nur das Wartezimmer und das Wartezimmer ist ja eigentlich nichts Spektakuläres. Das Spektakuläre ist ja eigentlich die Blockchain selber, also sprich der Zahnarzt und nicht das Wartezimmer. Aber es ist schon so, man kann natürlich vielleicht auch effizienter die Transaktionen broadcasten oder vielleicht irgendwie mehrere zusammennehmen, was auch immer, da sind keine Grenzen gesetzt. Aber grundsätzlich sage ich jetzt mal, am Mempool selber muss man aktuell nicht viel ändern, weil der wunderbar funktioniert, weil der sich bewährt hat. Und wie gesagt, was habe ich vorhin gesagt, irgendwie drei bis fünf Sekunden und die ganze Welt hat eine Bitcoin-Transaktion über dieses Match-Netzwerk inklusive Validierung und so weiter mitbekommen. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, ja. Perfekt. Ja, dann wir werden auf jeden Fall noch einige Sachen verlinken, die du auch erwähnt hattest mit den verschiedenen Seiten und ein paar andere Videos noch. Da kann man, ich glaube auch das ist ein Thema, da kann man sich auch echt krass reingraben, wenn man Bock hat. Aber ich würde sagen, wir haben, glaube ich, einen coolen Überblick bekommen, mal was da passiert, weil ja doch relativ viele Gerüchte immer entstehen und ja, der Mempool ist voll, es ist so teuer, Bitcoin kann nicht skalieren. Ein bisschen Überblick haben wir jetzt mal bekommen. Deswegen würde ich sagen, Jacka, vielen, vielen Dank für deine Zeit und diese wirklich sehr entspannte Erklärung. Jo, dankeschön. Immer gerne und vielleicht zum Abschluss nicht der Mempool, die Mempools. Wir werden uns es merken. Sehr gut. Perfekt. Vielen Dank für die Einladung. Sehr cool. Dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend und wir hören uns und sehen uns irgendwann mal wieder und bis bald dann. Ciao. Ciao.